Das ist so eine schlechte Idee! Was? Puh! Juhu! Haben wir eine Sollbruchstelle reingemacht? Hallo! War aber nah bei dir, Holger! Willst du den Holger umbringen, oder was? Läuft! Sag mal klatschen! Lauter! Bernie! Boah, der Hall! Sollen wir erst das Yoga-Jochen, was du da gerade machst? Ungefähr. Ich glaube, Bernie hatte ich dich nicht gehört. Bernie! Also, Reif fängt an. Wie hieß es anfangen? Na ja. Kann ich mir schon die Texte klauen. Dieses italienische Wunderwerk der Technik verfügt über einen Riemenantrieb. Das macht diese Maschine unfassbar leise. Und sehr windschnittig auch. Wenn du dir mal deinen komischen Kübel da anschaust, was der für einen CV-Wert hat. Jetzt schaust du dir mal dieses. Danke für den Mähdrescher übrigens! Super! Sehr schön! Hervorragend! Jetzt würde den Director von dem ganzen Unterfangen mal anscheißen bei der Gewerkschaft. Scheiße ist das alles. Echt so, was ist das für ein Catering hier, Mann? Wo ist denn das Buffet eigentlich? Ja, wo ist das Buffet eigentlich? Und ich warte immer noch mal auf meine Lohnauszahlung. Schau mal aus, ey. Ja. Schau mal aus, ey. Ja. Ja! Hahaha! Schiebung! Wir müssen jetzt eigentlich schon wieder die Kirchenglocken räumen hier. Ja, aber da verstehen uns die Leute nicht. Nimm mal die Hutablage raus. Da sitze ich da drin wie so ein Kind in der Babyschale. Kann jetzt mal jemand die Kirchturm-Glocken abschrauben? Ohohoho, ey. Voll die Schnierlippe. Ohohohoho. Das würde ich auch nicht mehr eröffnen. Voll die Gangstermusik im Hintergrund. Ich komme aus dem Ghetto. Man sieht so wenig Schnittel. Der ganze Kerl ein Depp. Dann schaffe ich. Voll praktisch. Das Muffer. Du weißt auch nichts, Mr. Cullman. Ich weiß gar nichts. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Hase. Verleckt mich am Arsch. Ich kann es anspringen. Oh, braun. Der brauner Fokse über die Lazy Cat. Wie war das? Der brauner Fokse über die Lazy Cat. Wie war das? Der brauner Fokse über die Lazy Cat. Joachim, magst du vom Auto weg gehen oder bleibst da stehen? Danke. Geht weiter, Spiegel. Jawohl. Moment. Moment. Das war eine Schrei-Vorlage. Entschuldigung. Scheiße. Schrei mich nicht so an. Oh, guck mal bei euch im Hintergrund. Oh ja, wir schieben einen Flieger. Er ist ein Flieger lieb, der schiebt. Ja, das ist ja. Du darfst ihm auch gerne eine... Sag, das ist nicht so laut, das macht der. Ja, will ich auch. Macht der auch ohne Erlaubnis. Mir erwacht hier so ein Lärm. Nein, natürlich nicht. Ja, aber das kann doch nicht sein, dass der Schock... Der Schock gehört da drüben hin. Der Autofokus hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Überleben Sie einfach gegen die Toilette. Nein! Bist du wahnsinnig? Bist du wahnsinnig? Da kam irgendwie Protest. Du musst doch irgendeinen Zündfunken haben. Wo kommt da der Strom für her, bitte? Einen Zündfunkengenerator. Ja. Du verarschst mich doch schon wieder. Nein! Ja komm halt noch näher dran, oder? Wow. Geh weg. Super. Da ist wieder so ein Lärm. Wo wollt ihr denn hin? Hier gehts Land. Gut, dass wir noch mal gesagt haben, wer die längste Strecke zurücklegt. Weil wer den längsten hat, ist ja schon klar. Ah! Wirds los, oder? Au! Auch wenn du die größte Nase hast, zählt das schon noch nicht. So Holger, was ist jetzt bei dir? Geht da heute noch was weiter? Komm, wir machen das mal auf hier. Wir gucken uns das mal an. Lass das, du brauchst nicht da oben aufmachen. Wieso? Die Abdeckung muss noch nicht. Nein, wir haben einen Zehner Schlüssel, einen Flex und einen Schweißbrenner. Geht das wieder, ne? Kacke, ich baue den jetzt auf Elektro um. Armes Liebällchen, ich glaube, sein Vergaser ist verstopft. Ja, genau. So. 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 Bist schon schön. Guck dir das mal an dir. Schau doch, schau doch eh krass. Wie war das, Greta wäre stolz auf Volker und sein Sparmobil? Not di giorno di torno tirano. Äh, hä? Können sie das nochmal? Nö. Ja. 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 Ja, das läuft richtig. Ja, tatsächlich. Wahnsinn. Ich überlege eigentlich Chinesisch oder was? Ja. Ja. So. So. Freeze. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Werner bewegt sich. Keiner bewegt sich. Was haben Sie dazu zu sagen? Ja, nix. Verkackt habe ich es eigentlich. Das mit den Nudeln hast du nicht so, das wissen wir ja. Ja, ja. Was war das jetzt für'n Scheiß eigentlich? Ich denke. Ich will jetzt so machen. Ja. 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 Ich will. Ich will. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020